Herzlich Willkommen zur 69. Montagsdemonstration! Ja, ohne lange Umschweifel möchte ich nach diesem Prominanten Wahl Sie gleich zu unserem ersten Gast kommen. Und zwar wird es Gangold Stacker sein. Und lieber Gangold, wir haben ja es aus den Medien erfahren und mit dieser kleinen Geste einer Flasche K21 Melon möchten wir dir danken für die viele Kraft und die viele Zeit, die du für unseren Widerstand hier aufgewendet hast. Vielen Dank, Gangold Stacker! Lieber, liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Flasche kommt zu früh. Das erkläre ich auch gleich. Was habt ihr denn gestern gemacht, um Gottes Willen? Mappus abgewählt! Jetzt können wir ja nicht mehr mal Mappus wegschreien. Also, als ich vor 15 oder wir vor 15 1,5 Jahren begonnen haben, den Widerstand zu organisieren, da hätten wir uns niemals träumen können, dass es eines Tages endet mit der Abwahn einer CDU-Regierung. Das habt ihr prima gemacht! Heute Morgen, heute Morgen habe ich gelesen, mehr oder weniger, dass ich jetzt den Bettel hinschmeiße. Da trifft es sich gut, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, zu Ihnen zu reden. Das stimmt natürlich nicht. Ich werde nicht mehr Sprecher für das Bündnis sein, das ist richtig, aber ich bin nach wie vor Sprecher der Initiative Die Initiative leben in Stuttgart, kein Stuttgart 21 und wir machen selbstverständlich weiter. Applaus Dabei müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, ob die Form der Montagsdemonstration, ob die noch stimmig ist, ob das noch so in der Form weitergeführt werden soll und kann. Wir haben ja im Verlauf dieser jahrelangen Proteste eine politische Kultur in Stuttgart entwickelt, die es unbedingt zu erhalten gibt. Und dazu gehört auch, dass die Menschen das Selbstbewusstsein haben, der Politik auch in ihr Geschäft hineinzuregen. Applaus Das gilt es unbedingt zu erhalten und wir denken auch, das kann ich jetzt schon sagen, über eine neue Form der Demonstration nach, eine neue Form der politischen Kundgebung. Und ich denke, wir werden irgendwo Mitte dieser Woche da auch schlüssig werden, wie wir das weitermachen wollen. Im Moment ist noch die nächste Montagdemo auf jeden Fall gebucht. Es kann aber auch sein, dass wir nächsten Montag schon eine neue Form ausprobieren werden. Ich bringe mich jetzt sehr geheimnisvoll aus, ich weiß es, aber mehr möchte ich jetzt auch noch nicht verraten. Es ist klar, wenn ich sage, politische Kultur, und jetzt muss ich ein bisschen kritisch werden, dann gehört daran nicht dazu, dass man angetrunken Bauzäune niederreißt. Das gehört nicht dazu. Applaus Und wenn, und ich sage das so deutlich, und wenn ein Pressesprecher, Parkschützer, wie er sich ja nennt, das gut findet, dann finden wir das eben nicht gut. In aller Deutlichkeit sei es gesagt. Applaus Und noch einen Satz. Es haben viele Menschen, nach diesem Vorkommnis gestern Abend und der Presseerklärung von Matthias von Hermann, haben ihre Konten bei parkschützer.de wieder löschen wollen. Wir mussten ihnen erklären, ich sage es jetzt auch nochmal deutlich, parkschützer.de, diese Seite, und die 32.000 Parkschützer, die es gibt, haben nichts mit Matthias von Hermann zu tun, auch wenn sie sich Parkschützer nennen. Applaus So, damit diese ethische Anmerkung, die musste jetzt auch mal sein, weil da herrscht sehr viel Verwirrung. Und das ist auch mit dem Grund, weshalb ich zum Beispiel nicht mehr Sprecher bin. Ich will aber jetzt dazu kommen, was wir jetzt eigentlich tun müssen. Wir haben ja eine völlig neue Situation. Es ist ein historischer Tag, muss man ganz deutlich sagen. Applaus Wir haben uns das gewünscht. Aber hätte jemand von Ihnen eine Rede darauf gemacht, beispielsweise vor einem halben Jahr, dass wir die CDU-Regierung abwählen und dass wir eine Regierung bekommen mit einem grünen Ministerpräsidenten und einer SPD, die hoffentlich auch in dieser Regierung und in den Koalitionsgesprächen einsichtig wird, die Hoffnung soll man ja nie verlieren. Hätten wir uns das zu träumen gemerkt? Nein, und wir haben es geschafft. Applaus Was müssen wir jetzt tun? Ich denke, wir sollten uns heute auch in die Koalitionsgespräche einmischen. Was müssen wir tun? Wir müssen den Volksentscheid vorbereiten. Auch da unterscheiden wir uns wieder deutlich. Der Volksentscheid, den haben wir versprochen und den bereiten wir auch vor. Dazu gehört aber auch, dass der Stresstest mit unserer Beteiligung abgeschlossen ist. Denn man muss ja wissen, ob das Ding überhaupt funktioniert oder nicht. Applaus Applaus Das verstehe ich jetzt auch unter Vorbereitungszeit für einen Volksentscheid, den wir unbedingt auch durchführen wollen. Ich habe es immer gesagt, der Konflikt um Stuttgart 21 kann nur mit einer Entscheidung des Volkes befriedet werden. Und das heißt natürlich, ja genau, das heißt natürlich, wenn man einen Volksentscheid vorbereitet, und ich erinnere daran, beide Parteien, Grüne und SPD, haben gesagt, sie wollen einen Volksentscheid. Beide Parteien haben auch gesagt, wenn wir einen Volksentscheid vorbereiten, dann muss Baustopp sein. Applaus 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 Ich will jetzt nicht zu lange machen, wir wollen ja pünktlich um Sieben am Schlussplatz sein. Dann zahlen Sie die Schäden und Folgen Ihres Weiterbaus, wenn das Projekt gestoppt wird, selbst. Und ich hoffe, dass der Bundesverkehrsminister da zuhört und hellhörig wird. Applaus 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 Ich will jetzt nicht zu lange machen, wir wollen ja pünktlich um Sieben am Schlussplatz sein. Jetzt sage ich nur noch zwei Sätze. Wir haben gestern unsere Stimme abgegeben und wir haben eine CDU-Regierung abgewählt. Wir werden aber weiterhin unsere Stimme erheben. Und zwar sofort dann, wenn es das, was in den Koalitionsverhandlungen, und das sage ich Ihnen auch nochmal, das kann nicht sein, dass die in Hinterzimmern stattfinden, wenn in Koalitionsverhandlungen ein falscher Weg eingeschlagen wird. Und der Druck hier auf der Straße her muss bleiben. Aber in dieser Form, weil wir uns durchgeführt werden, das werden wir noch entscheiden. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus